Du bist wie ein Fluss, am Ende erreichst auch du die Liebe. So wie ein Fluss niemals aufhört sich zu bewegen. Das ist auch mal ein toller Übergang zu der Geschichte. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Sandra. Ja, vielen Dank für die Einladung, Beedow. Ich freue mich hier zu sein bei dir. Weil in deinem Hörbuch geht es ja genau darüber, oder unter anderem auch um diese Liebesbeziehung zwischen zwei Personen. Man liebt sich, man hasst sich, man kommt eigentlich nicht miteinander klar, man fühlt sich aber trotzdem verbunden. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum wählt eine Schauspielerin genau diese komplizierte Beziehung aus? Also eigentlich hat sich die Geschichte, die ist mir wirklich zugefallen. Also ich war im Antiquariat, habe das Buch meiner Seele Töne gefunden, das ist der Briefwechsel zwischen Claire und Ivan Goll, und habe es zufällig aufgeschlagen und habe den Satz gelesen, dein blauer Brief hat etwas Himmel in diese graue Wohnung gebracht. Und da war echt so Gänsehaut, mir lief es heiß und kalt über den Rücken. Und ich dachte, das ist so toll und habe mich festgelesen und fand es wahnsinnig spannend, weil die beiden sind Schriftsteller. Ich kannte auch das Werk, als Schauspielerin rezitiert man ja auch mal Gedichte, und deswegen waren mir die beiden auf jeden Fall ein Begriff. Aber ich kannte nicht die Person dahinter. Und damals, also die haben 1917 sich kennengelernt. Wir haben heute 2017, das ist exakt 100 Jahre her. Die Begegnung von den beiden. Genau, genau. Und das fand ich halt so spannend. Ich habe über ein Jahr recherchiert, weil ich nicht nur diese Briefe haben wollte, ich wollte wirklich wissen, wie haben sie sich kennengelernt? Wie ist das Ganze zu Ende gegangen? Wann sind sie gestorben? Und das war ein ganz, ganz langer Weg und auch wahnsinnig spannend. Also ich habe spätere Interviews von denen dann ausgegraben, wo sie darüber erzählt haben, weil sie in den Phasen, wo sie zusammen waren, haben sich natürlich keine Briefe geschrieben. Dafür haben sie Tagebuch geschrieben. Und wer waren denn diese beiden so für dich so interessanten und spannenden Persönlichkeiten? Also es ist wirklich die Geschichte einer überwältigenden, liebesen Achterbahnfahrt der Gefühle, die beiden. Beide, wie gesagt, Schriftsteller. Er hat viel Gedichte geschrieben, Theaterstücke. Sie aber auch als Journalistin hat auch einen Roman geschrieben, also Romane geschrieben und Gedichte geschrieben. Also wirklich Dichter und Denker der Zeit. Sie waren mit den ganz, ganz Großen ihrer Zeit befreundet. Und ja, sie waren, so haben sich 30 Jahre lang Briefe geschrieben. Und diese Briefe sind wirklich, sie beschreiben alles. Heutzutage, wenn man denkt, so 100 Jahre später, da schickt man sich ein Liebesbrief über WhatsApp mit einem Emoji. Mit einer Mail. Genau, und das sagt alles. Aber dadurch, dass sie aus der schreibenden Zunft kommen, hatten sie die Sprache einfach so wahnsinnig beherrscht. Also sie haben wirklich alles umschrieben, auch die ganzen politischen Hintergründe, in welcher Zeit das war. Und das fand ich unglaublich spannend. Das war wirklich ein voyeuristischer Blick. Und man stand plötzlich zwischen denen im Wohnzimmer und hat Mäuschen gespielt. Und das haben wir versucht wiederzugeben. Ich habe mich wirklich auf die Liebe konzentriert. Deswegen war das Anfangslied von dir jetzt super ausgewählt, weil da geht es ja auch um Liebe. Und ja, beide sind keine Kinder von Traurigkeit. Sie betrügen sich auch. Aber das wissen die auch noch voneinander, oder? Ja, also ganz heftig. Wenn man jetzt das Ganze als Drehbuch schreiben würde, würde man sagen, ach, das wird doch keiner mit sich machen lassen. Aber es ist die Realität. Es war wirklich so, er hat über Jahre sie betrogen und hat sie auch immer um Erlaubnis gebeten. Mit einer anderen Dichterin, Paula Ludwig, also die war nicht ganz so erfolgreich. Aber er hat dann lange auch bei ihr gelebt. Und Claire ist sozusagen dann von seiner Ehefrau zu seiner Geliebten mutiert. Und es war dann aber auch trotzdem wieder eine Spannung zwischen den beiden, weil es dann auch wieder die Liebe so erfrischt hat. Aber es war auch hochdramatisch. Also sie wollte sich auch umbringen, hat einen Selbstmordversuch gemacht. Der zum Glück hat Yvonne sie rechtzeitig gefunden. Sie hat eine Überdose Schlafmittel genommen. Und es ist also wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle und natürlich dann der Zweite Weltkrieg. Sie sind beide Juden, sie mussten beide fliehen, sind nach New York ausgewandert. Auch kurz vor knapp, also vier Tage bevor der Angriff kam. Und also es ist wahnsinnig spannend. Ich merke, so wie du es erzählst, man merkt, wie sehr du fasziniert bist von diesen beiden Personen. Ja. Ich finde das immer toll, wenn Menschen mit Fleisch, Blut und mit Seele hinter einem Projekt stehen. Viele machen es ja einfach so. Das stimmt. Aber ich merke so bei dir, du bist ja quasi wahrscheinlich die Claire gewesen. Ich bin tatsächlich mehr zur Claire mutiert. Und das war ganz witzig, weil auch wenn ich sozusagen die Textauswahl gemacht habe, die Dramaturgie und die Regie gemacht habe und es gesprochen habe, trotzdem habe ich einen wahnsinnig tollen Verlag, Random House Audio, die uns verlegt haben. Und da war natürlich auch dann das Gespräch, eigentlich müsste Paula Ludwig, weil sie auch einen Anteil auf der CD hat, müsste auch auf dem Cover eine Vita und so weiter bekommen. Und ich immer, nein, Paula Ludwig kann ich nicht ertragen. Also ich bin wirklich sehr, sehr zu den beiden mutiert. Und ich hatte das große Glück, mir einen Sprecherkollegen auszusuchen. Aber dazu gleich. Nämlich über diesen tollen Sprecherkollegen möchte ich mich auch besonders unterhalten, weil ich finde den Typ mir auch richtig cool. Oder auf diesem Weg würde ich auch jetzt gerne voranschreiten wollen. Ich auch. Istanbul, Ortaköy, Besiktas, die Ecke. Leider auch die Ecke, wo es den Anschlag gab, Silvester. Leider. Aber es lohnt sich immer nach Istanbul zu fliegen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist auf jeden Fall eine tolle Stadt. Und toll ist auch dieses Projekt hier. Die Liebesgeschichte von Claire und Ivan Goll. Sprich in diesem Falle die Liebesbriefe zwischen den beiden. Und gelesen von unserem Gast Sandra Quatschlik und dem Herren da. Hier. The Man. Das ist Ulrich Tukur. Und ich gehe mal davon aus, dass, weil du ja, Sandra, ja auch die Regie geführt hast, du hast ja alles gemacht, was es damit zu tun hat. Das heißt, du hast ihn wahrscheinlich auch gecastet, oder? Ja. Also gecastet. Habt ihr mich schon gedacht? Also es gab keine Besetzungskouch. Nein, also er war einfach mein Wunschkandidat, weil dieser Ivan so ein Weltenbummler ist. Also der ist wirklich mal in Italien, mal in Berlin, mal in Frankreich. Also der ist wirklich ständig unterwegs. Und spricht mehrere Sprachen. Und Ulrich Tukur weiß man ja, er lebt ja auch in Italien, dreht in allen Ländern, ist wirklich überall zu Hause, spricht unterschiedliche Sprachen. Und er hat genau diesen Charme wie Ivan. Weil das, fand ich, musste dieser Ivan haben, weil sonst hätte Claire, glaube ich, nicht immer wieder ihm alles verziehen und wäre zu ihm zurückgegangen. Und deswegen wollte ich diesen Charme haben, dem keine Frau widerstehen kann. Und das hat Ulrich Tukur. Und deswegen habe ich ihn angefragt und er hat mir direkt am nächsten Tag zugesagt. Und das war natürlich für mich ein ganz besonderes Geschenk, weil er so unglaublich beschäftigt ist und so viele Sachen macht. Ich stelle mir immer folgende Frage. Wenn man sich sowas aufbaut, ja, ich sitze im Auto, höre und du musst ja quasi dem Zuhörer das Gefühl geben, du musst ja in seinen Kopf hinein eine, nicht nur eine Geschichte projizieren, sondern du musst ja die Person rein projizieren, das Umfeld, also wirklich Bilder reinhämmern. Aber wie macht man das im Studio? Also wie setzt man sich an so ein Projekt ran? Wie entsteht denn sowas? Also dadurch, dass es die Person wirklich gab, habe ich natürlich viel über sie gelesen und versucht so ein bisschen rauszufinden, wie ticken die beiden. Und das habe ich mit Uli natürlich dann auch so besprochen, weil mir war ganz wichtig, dass wir es nicht nur vorlesen, sondern dass wir es wirklich spielen, also dass wir es wirklich richtig leben. Also auch wenn er stirbt, also er stirbt wirklich im Studio und wir schreien und lachen und das ist wirklich nicht so, wie man sonst für Bücher oft kennt, dass es einfach wirklich vorgelesen ist, ist eine stilistische Frage, kann man natürlich machen, wenn man sagt, man möchte dem Hörer Freiraum lassen in der Interpretation, aber ich wollte gerne, dass es wirklich so projiziert wird, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Und als Schauspieler sehnt man sich nach solchen Texten, wo wirklich richtig gelebt wird, wo viele Facetten gezeigt werden, wo die beiden glücklich sind, aber auch todunglücklich sind. Und das haben wir versucht zu machen und es ist ganz gut angekommen. Ihr habt ja richtig gute Kritik bekommen. Ihr wurdet sogar zum, ich habe das gelesen, Hörbuch der Woche. Ja genau, der Bayerische Rundfunk hat uns zum Hörbuch der Woche gekürt. Genau, ja, also ich bin auch wirklich ganz glücklich. Wir haben ja eine Premierenlesung auch im St. Pauli Theater gehabt und ja, es kam sehr, sehr gut an und es hat mich natürlich sehr gefreut, dass viele gekommen sind und gesagt haben, wir haben geweint, wir waren so mitgerissen und ich hoffe, dass das jetzt den weiteren Weg geht und auch die beiden Künstler wirklich wieder ein bisschen mehr in Erinnerung gerückt werden, weil das ist so ein kleiner Kulturschatz, der in Vergessenheit geraten ist. Kann es von sowas, ich weiß ja nicht, ob das machbar ist, aber wenn so ein Hörbuch erfolgreich ist, kann man auch Teil 2 quasi eine Fortsetzung produzieren und machen? Geht das? Ja, also das Ding ist, dass ich mich da jetzt entschieden habe, wirklich mich auf die beiden zu konzentrieren, zu sagen, ich möchte, ich habe jetzt das Werk ausgeblendet, ich habe natürlich Anrisse, wie Sie, in welcher Phase Sie welche Werke geschrieben haben, aber ich hätte natürlich jetzt auch noch Gedichtauszüge mit reinnehmen können. Und so habe ich mich jetzt wirklich nur auf die beiden konzentriert und ich glaube, das ist auch das Spannende daran, weil sonst würde es so ausarten in so was, was vielleicht viele auch interessieren würde, auch noch Paula Ludwig, sie hatte eine lange Affäre mit Rainer Maria Rilke, auch höchst spannend, aber das würde dann wirklich auf 10 oder 20 CDs ausarten und ich weiß nicht, ob das wirklich so die breite Masse jetzt interessieren würde. So ist es jetzt wirklich was, wo man zwei Menschen kennenlernt und auch noch was über die Zeit lernt und auch was über die Literatur. Man könnte natürlich auch eine Fortsetzung drehen und dann sagen, die Affären von den beiden. Ja. Nur über die Affären. Also ich übernehme gerne die männliche Rolle. Alles klar. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer mein weibliches Pendant sein soll, aber da würden wir auch bestimmt jemanden finden. Nein. Aber wenn man jetzt sowas produziert oder macht, du hast ja auch sehr viel Hörspiel gemacht, zum Beispiel die drei Fragezeichen. Mhm. Gibt es da Unterschiede vom Gefühl her, von der Art und Weise, wie man Dinge spricht? Oder behandelt man dieses Projekt zum Beispiel anders, weil man weiß, dass es von einem selbst kommt? Ja, also bei den drei Fragezeichen oder Hanni und Nanni, das ist eine ganz, ganz große Freude, sowas machen zu dürfen. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und Heike-Diene Körting macht da ja die Regie und sie ist unglaublich. Und beim Hörspiel ist es so, dass auch viele Geräusche, die muss man dann selber machen. Also zum Beispiel bei den drei Fragezeichen und der Eisenmann, da spiele ich Cécile Gessero, eine große Schauspielerin, also spreche ich, und da muss ich zum Beispiel die drei Fragezeichen verarzten. Und dann musste ich auch wirklich im Studio denen ein Pflaster aufkleben und dieses Rascheln und so. Das macht man beim Hörspiel natürlich alles mit dazu. Und da ist Heike-Diene Körting einfach auch eine Königin, was das angeht. Und ich bin ja auch mit den drei Fragezeichen aufgewachsen und das ist schon ganz toll. Da ist es jetzt so, das war jetzt wirklich ein Herzensprojekt und manchmal ist es auch schön, wenn man wirklich alles alleine entscheiden darf. Es ist natürlich auch viel Verantwortung, aber es ist einfach schön, dass man sich den Kollegen aussuchen kann, dass man Entscheidungen treffen kann wie, ich möchte das jetzt wirklich auf die Liebe konzentrieren, ich möchte es gespielt sprechen. Das ist natürlich auch schön. Kann ich mir vorstellen, vor allem wenn man viel über die Liebe spricht, darüber kann man nämlich immer reden. Liebe geht immer, die hat sich nicht verändert in den Jahrhunderten. So sieht es aus und wenn ihr gerne mal reinhören möchtet, einfach diese CD besorgen. Gibt es wahrscheinlich auch überall iTunes und überall, wo es auch Social, also runterladen geht auch. Aber bitte nur legal, also nix illegal, alles nur legal und nichts fehlt außer dir mit Sandra Kvatschlik und Ulrich Tukor. Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen und vor allem für unsere Social-Media-Liebhaber, die ja gerne immer wieder Oriental Night kritisieren, aber hey, ich steh drüber, ist ja alles entspannt, aber ich erwähne auch gern mal hin und wieder so witzige Elemente wie Bedo heißt es dann immer wieder, meine letzte Nachricht vor, ich glaub, 10 Tagen, da hieß es, der Moderator hat keine Ahnung von seinem Gast und bereitet sich nicht auf den Gast vor. Hör ich gerne. Nur an die Zuschauer da draußen, das sind die Scripts, die sich ein Moderator zu Gemüte zieht, um sich auf den Gast vorzubereiten. So, ob ich es lese, ist eine andere Sache, aber ich tue es, ja, man muss ja ein bisschen lesen und deshalb finde ich es immer lustig, wenn die Zuschauer dann schreiben, der Typ hat doch, aber da stehen auch so Worte, ne? Also, ich lasse ja, ich blende ja auch noch alle aus, also, nett sind sie nicht immer zu mir, aber ist nicht schlimm. Also, ich bereite mich auf meine Gäste auch vor, nur mal ein kurzer Hinweis, und wenn ich zum Beispiel bei Sandra recherchiere, dann merke ich, boah, die Frau ist ganz schön viel unterwegs, so, die steht fest. Habe ich ja wieder bemerkt. So, unter anderem, aber was ich so cool finde, ich kenne, viele kennen dich ja auch vom Fernsehen. Ja, du bist ja als Schauspieler noch viel unterwegs, spielst auch in sehr vielen Serien mit. Wo hast du eigentlich die Schauspielschule besucht? In Hamburg? Ja, in Hamburg. Schule für Schauspiel Hamburg. Ich bin gebürtige Bremerin und bin 1999 von Bremen nach Hamburg gekommen. Deine Lieblingsstadt Bremen, ich weiß. Ja, genau, jetzt wieder aus, ja, und bin hier nach Hamburg gekommen und bin dann auch hier geblieben. Hast du ein Visum bekommen für Hamburg? Ja, du, ich bin durch und durch Hanseatin und du weißt ja, ich setze mich auch für die Stadt Hamburg sehr ein und Bremen und Hamburg gehören auch zusammen. Hast du gehört? Ja, voll schießt. Hamburg und Bremen gehören so. Ihr seid so gemein. Nein, wir sind nicht gemein. Bremen ist so eine schöne Stadt. Weißt du, seit wann wir eigentlich auf Bremen sauer sind? Nee. Als es diesen berühmten Tritt von Tim Wiese gegen Ivi Zaulic gab. Ja, aber komm. Der ist mit dem Kickbox, der ist mit dem Kickbox-Fuß, guck mal, so, genau, so Richtung Kopf geflogen. Ich weiß ja. Und dann hat er gesagt, nee, ich wollte doch nur zum Ball. Ja, das war unmöglich, aber Tim Wiese gehört auch nicht zu Bremen, also von daher. Aber komm, der war schon überzeugter Bittmann, muss man sagen. Ich mag ja auf deiner Seite solche kantigen Spieler, ja? Die ja mit Körper und Seele für eine Mannschaft sich einbringen. Das muss man ihm, also das ist so die positive Seite, wo ich sagen würde, Respekt, er ist Bremen, aber trotzdem mag ich ihn nicht. Damals als Torhüter, heute ist alles wieder anders. Aber Bremen besteht ja nicht nur aus Fußball. Selbstverständlich. Wenn ich dann mal nach Bremen fahren sollte, was muss ich mir denn da anschauen? Also die Sögelstraße, den Schnur natürlich. Den, Entschuldigung, den was? Den Schnur. Den Schnur? Den Schnur, ja. Was ist denn das? Das ist die Altstadt von Bremen. Da sind wirklich so die uralten Häuser und es ist wunderschön, die Böttcherstraße natürlich, aber auch an der Weser spazieren zu gehen ist sehr, sehr schön. Also Bremen hat wirklich ganz, ganz viele wundervolle Ecken. Es ist eine richtige Postkartenstadt. Eine Postkarte? Das hört sich aber süßer an. Ja, so sind wir. Postkarten. Super. Ja, okay, gut. Dann schauen wir mal, wenn ich demnächst mal wieder nach Bremen, wobei ich habe sehr viele Freunde in Bremen, also ich bin ja immer wieder da, aber ich darf das nicht laut sagen. Ja. Sonst darf ich wirklich irgendwann nicht mehr rein in die Stadt. In Hamburg Schauspielschule besucht. Mhm. Wie kommt man als Schauspielerin eigentlich zum Sprechen? Also sprechen schon, du tust ja als Schauspielerin aber grundsätzlich, aber wie kommt man dann eigentlich so zum Synchronsprechen? Ja, also eine Schauspielausbildung beinhaltet ja natürlich Schauspiel, aber Sprechen ist auch ein ganz wichtiger Part, ein Unterrichtspart und Bewegung und Gesang. Und da mit einer Schauspielausbildung bist du auch ausgebildeter Sprecher. Also wenn du so eine staatlich anerkannte Schauspielschule besucht hast, dann kannst du dich ganz normal bei Synchronen Studios bewerben und dann wirst du da zum Casting eingeladen und dann sprichst du erst kleine Rollen und irgendwann kenne ich die Regisseure und dann wird man häufiger besetzt und so funktioniert das. Was machst du lieber? Hand aufs Herz. Ist Schauspielern schöner oder auch manchmal nur das Sprechen an sich? Nee, also auf jeden Fall das Spielen. Spielen ist schon für mich absolut das, was mich ausfüllt, warum ich den Beruf so liebe. Und ich mag beides gerne. Ich mag sowohl auf der Bühne, wo man wirklich leicht die Resonanz vom Publikum bekommt. Das Schöne an der Bühne ist ja auch, dass man ein Stück chronologisch durchspielt. Also man fängt am Anfang an, durchlebt alles und endet. Beim Film ist es ja ein bisschen anders, da ist es ja nicht chronologisch meistens. Das ist ja dann so, dass man auch mal... Aber das Schöne vor der Kamera ist einfach das Spiel vor der Kamera. Die Kamera fängt wirklich jeden Wimpernschlag ein und jede feinste Mimik bekommt eine wichtige Bedeutung. Und deswegen liebe ich natürlich das Spiel vor der Kamera sehr. Und Sprechen ist auch schön, mache ich auch gerne. Und es ist auch immer eine Herausforderung, dass man wirklich reduziert auf die Sprache ist und versucht da auch alles reinzulegen. Aber natürlich ist das Spielen vor der Kamera oder auf der Bühne das, was ich am liebsten 365 Tage im Jahr machen würde. Das ist auch etwas, was ich meinen Gästen hier oder wenn wir mal Zuschauer haben auch immer sage. Leute, Kaugummi raus, nicht popeln, nicht rumwurschteln. Die Kamera sieht alles. Und das Schlimmste ist immer die ungünstigsten Momente von einem. Das sieht man ja vor allem, wenn man so... Du kennst das ja auch sehr gut. Man läuft über den roten Teppich. Man gibt sein Bestes, aber genau hinten läuft jemand vorbei. Zack! Und der hat dann so ein Gesichtsausdruck, wo du denkst, immer die schlimmsten Momente. Die fängt man immer ein. Also immer, wenn man eine Kamera sieht, lächeln. Und Kaugummi raus. Und nicht popeln. Ja, wir sagen schon, wir kommen zurück. Du bist ein bisschen irritiert, Sandra. Richtig? Über das Zurück. Weil wir waren weg. Genau. Also ich war nicht weg. Aber naja. Der Song war halt da. Ein junger Künstler aus Holland. Ich habe nebenbei mal etwas Interessantes heute noch gelesen. Passt gerade auch zum Thema Holland. Zwei Sachen. Die sexieste Sprache für die Männer ist, wenn eine Frau auf Deutsch spricht. Dazu gab es eine Studie in den USA. Kein Scherz. Pass auf. Jetzt kommt die Brücke. Und für die Frau ist die sexieste Sprache, wenn der Mann Holländisch spricht. Ach nein. Ja? Ja? Das hätte ich jetzt nicht. Also ich finde Holländisch super niedlich, aber sexy. Ja. Aber ich dachte ehrlich gesagt in beiden Fällen eher italienisch oder französisch. Hätte ich gedacht. Ja, ja, ja. Denkt man. Also klar. Weil ich finde, nichts ist sexier, als wenn eine Italienerin auf Italienisch flucht. Kein Scherz. Ja. Das hört sich so megamäßig gut an. Finde ich. Wofanculo. Allein das nicht. Entschuldigung. Das übersetze ich aber nicht. Also wer das weiß, weiß es. Ich sage es lieber nicht. Ja. Finde ich. Gut. Was ist dann für dich so die sexieste Sprache eigentlich? Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Es ist wirklich. Aber ich. Du sprichst doch viel ein. Echt? Noch nie? Ja, nee. Also ich finde ja eigentlich eher immer wichtig, was man sagt. So das. Aber gut. Ja. Aber ich. Also Französisch und Italienisch und so hört sich schon schön an. Ja klar. Also auf Holländisch wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht gekommen. Ey. Auch wenn das sehr niedlich klingt. Ja finde ich auch. Aber ja. Aber die Deutsch. Ey. Immerhin. Deutsche Sprache. Darauf stehen auch die Leute. Oder in diesem Falle die Männer. Müssen wir einsetzen. Siehste. Was auch. Was ich auch sehr, 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 sehr cool mag an deinen Aktivitäten. Ich hab ja. Du bist ja so vielfältig. Aber was ich wirklich toll finde, ist ja dein Einsatz auch für Hamburg. Mhm. Du bist ja in diesem Verein, Kulturverein Lebendiger Jungfernstieg aktiv. Genau. Und da gibt es ja auch immer einmal im Jahr zum Sommer hin, dieses kleine Festival. Genau. Also der Kulturverein Jungfernstieg ist 2002 gegründet worden auf die Initiative von der Stiftung Lebendige Stadt. Und der Verein ist dafür da, dreimal im Jahr eine kulturelle Veranstaltung direkt auf dem Jungfernstieg zu machen. Für jeden Sicht- und Hörbar und vor allen Dingen kostenlos. Und das ist einmal im Jahr das Musikfest am Jungfernstieg, was ich auch jedes Jahr moderieren darf. Es ist eine große Party. Also wirklich dieses Jahr vom 15. bis zum 18. Juni müssen unbedingt alle Hamburger kommen. Also schon mal vormerken. Letztes Jahr waren auch pro Tag um die 2000 Menschen da. Und wir haben jeden Tag ein anderes Musikprogramm. Es geht dann immer so um 20 Uhr los. Einen Tag ist dann Pop, einen Tag Klassik, einen Tag Jazz. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und es ist eine mega Party. Es gibt auch Getränkebuden und es macht einfach richtig viel Spaß. Also wenn ich keine Schauspielerin geworden wäre, dann Rockstar. Weil es ist einfach toll vor so vielen Hamburgern, die wirklich alle mitgehen. Und da ist nichts von, wo man immer sagt, die Hamburger sind so unterkühlt. Die haben letztes Jahr und auch vorletztes Jahr mitgesungen, mitgetanzt. Sie sind aufgestanden und haben da wirklich richtig Party gemacht. Was sind die anderen beiden Aktionen dann im Jahr? Wir haben noch im September immer in Kooperation mit dem Filmfest Hamburg das Binnenalster Filmfest. Da wird auf die Binnenalster ein großer Ponton gelassen mit einer riesen Leinwand. Und da werden dann drei Tage lang Filme gezeigt. Und letztes Jahr war es so, dass wir an dem Samstag eine Kooperation mit der Staatsoper hatten. Und da konnten wir live die Zauberflöte von Mozart sehen. Und das war sehr schön auch, weil in der Staatsoper ging es um 18 Uhr los. Wir fingen um 20.30 Uhr an wegen Sommer. Also war noch zu früh, noch zu hell. Und danach sind dann alle Sänger noch zu uns gekommen und haben sich bei uns auch noch einen Applaus abgeholt. Sozusagen doppelten Applaus. Und es war ganz, ganz schön. Und dann haben wir im Oktober noch die Galerie Jungfernstieg. Da ist dann auf dem Jungfernstieg wird immer ein Künstler vorgestellt in Schaukästen. Das ist immer sehr spannend. Also es ist wirklich schön. Und ja, also... Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich wusste gar nicht, dass es so lange her ist. 2002? 2002 wurde der Verein gegründet. Aber wann ging es denn im Sommerfest? 2000... Ich mache das jetzt seit dem dritten Jahr. Vier Jahre länger. Da fing das an. Aber der Verein hat zum Beispiel diese Modernisierung vom Jungfernstieg, diese Treppenstufen, die so Amphitheater mäßig sind. Dafür hat der Verein die Spenden gesammelt und hat von 2002 bis 2006 die Umbaugeschichten da mitfinanziert aufgrund von Spenden. Die haben die Spenden gesammelt und haben dafür gesorgt, dass der Jungfernstieg wieder so hübsch ist, wie er jetzt ist. In den letzten ein, zwei Jahren gab es aber ein paar Negativmeldungen, halt von Ponton, über die Ecke, weil es ja immer wieder leider auch Auseinandersetzungen gab. Weißt du, wie der Stand aktuell ist so? Ja, also wir sind einfach sehr, sehr positiv, weil wir finden, Kunst verbindet Menschen und auch das Musikfest. Also deswegen, wir sagen, wir machen erst recht weiter und hoffen, dass auch uns viele Hamburger treu sind und kommen und mitfeiern. Und wir versuchen gerade mit solchen Veranstaltungen den Jungfernstieg lebendig und positiv zu behaften und schön zu machen für Hamburg. Weil es ist das Herz der Stadt und da müssen wir alle irgendwie zusammenhalten und uns sowas nicht gefallen lassen. Ganz einfach. Und was ich ja immer toll finde, meine Lieblingsstrecke in Hamburg ist ja quasi die Überquerung der Kennedybrücke und dann nach links oder nach rechts gucken. Die geilste Strecke ever in Hamburg. Also alleine das würde ich jeden Tag fünfmal machen wollen im Sommer. Finde ich toll. Ich habe mir eben gerade noch ein bisschen über die Studie Gedanken gemacht und dachte so, warum ist eigentlich die türkische Sprache nicht unter den Top Ten? Dabei ist es eine verdammt sexy Sprache. Ja, ich habe mich sehr gekränkt und bleiblich gefühlt. Deshalb habe ich gedacht so, klingt super sexy, du hast recht. In diesem Sinne, schönes Wochenende, wir sehen uns nächste Woche. Nein, das geht runter wie Öl. Warum sind wir wirklich in der Top Ten? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber egal. Wir kommen zu einem weiteren Engagement von dir, liebe Sandra. Und zwar geht es um die Stiftung, für die du aktiv bist. Und zwar trägt sie denselben Familiennamen, aber bloß einen anderen Vornamen. Benita Quadwig. Ich gehe jetzt mal davon aus, verschwiegert, irgendwie irgendwas ist da wahrscheinlich. Ganz genau. Benita war die Großmutter meines Mannes. Und die Benita Quadwig Stiftung wurde gegründet als Förderstiftung vom Haus Mignon. Denn das Haus Mignon hat Benita vor 40 Jahren gegründet, um Kindern, die eine besondere Förderung brauchen, die Behinderung haben, also besondere Förderung brauchen. Ja, für die wollte sie einen Ort schaffen, wo ihnen geholfen wird. Und sie war damals wirklich Pionierin auf dem Gebiet. Sie war Medizinerin und Heilpädagogin. Und hat einen anthroposophischen Ansatz, was die Therapie angeht. Und hat das Kind ganzheitlich sozusagen gesehen. Und war da auf diesem Gebiet wirklich einmalig. Und das hat so gefruchtet, dass mittlerweile das Institut gewachsen ist. Es werden dort mittlerweile über 275 Kinder betreut von 90 Mitarbeitern. Und ja, also es ist wirklich ein großes Institut mit unterschiedlichen Bereichen. Es gibt einen Kindergarten. Wir haben das Kinderhaus. Das ist unser Hauptförderprojekt, was wir jetzt gerade erweitern. Weil es ist ganz erschreckend, wie viele Kinder in Hamburg aufgrund von Verwahrlosung oder Misshandlung nicht in ihren Familien leben dürfen. Werden diese Kinder dann zu euch gebracht? Oder wie funktioniert diese Verbindung da? Ja, wenn ein Kind, ja, also das Jugendamt wird darauf aufmerksam. Und dann werden die Kinder eigentlich in ein Kinderschutzhaus gebracht. Und von dort kommen sie zu uns. Und wir sind gerade auch auf der Suche. Wir bauen jetzt das aktuelle Kinderhaus auf. Momentan haben wir insgesamt 15 Kinder, die betreut werden. Und das Besondere am Haus Mignon ist, dass diese Kinder jeweils zu fünft in einer Wohngruppe leben und werden von einem halbpädagogischen Ehepaar betreut. Also das ist nicht so... Es ist wie eine komplette Familie. Es ist absolut wie eine richtige Familie. Mit dem Unterschied, dass diese Kinder, die ja wirklich eine besondere Förderung brauchen, auch von Therapeuten sozusagen, also mit denen aufwachsen. Weil Vater und Mutter beides ausgebildete Heilpädagogen sind. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und das gibt's hier in Hamburg sonst in dieser Form sind wir da. Also ist das Haus Mignon einfach ganz, ganz besonders. Und deswegen bauen wir jetzt aus und versuchen vier weiteren Kindern ein Zuhause zu geben. Aber der Bedarf ist so riesig. Wir müssten noch viel, viel mehr Kindern ein Zuhause geben. Und wir suchen jetzt auch gerade eine Immobilie im Hamburger Westen. Also falls irgendjemand was weiß, gerne Bescheid sagen. Wir möchten gerne mehr Kindern ein Zuhause geben, die das brauchen. Tolle Sache. Finde ich sehr vorbildhaft. Und vor allem, weil man... Das ist ja so ein Thema, was ja seit Jahren auch die Politik dominiert. Verwahrlose Kinder, Kinderarmut. Ist ja ein grundsätzliches Problem. Und das hier in Hamburg. Ja, da schüttel ich immer noch mit meinem Kopf. Und das in Hamburg. Die reichste Stadt. Ja, ja, naja. Ist alles relativ die reichste. Nur weil wir die meisten Millionäre haben. Herr Millionäre da draußen, die können auch ein bisschen Geld spenden, wenn sie was Gutes machen wollen. Sehr gerne. Und nicht nur auf dem Konto liegen lassen. Genau. So kurzer Aufruf von mir. Kinder sind unsere Zukunft. So sieht's aus. Und ich krieg jetzt schon wieder Ärger, weil ich irgendwas gesagt habe. Aber egal. Ich darf das ja. Sag ich immer gerne dazu. Ist ja deine Sendung. Eben. Können wir dich auch mal live sehen? Oder haben die Zuschauer die Möglichkeit, dich mal live zu sehen? Ja. Am 5. April in der Live-Halle Kleiner Saal, da werde ich aus dieser tollen Bestseller-Trilogie von Carlos Ruiz-Safon lesen. Der Friedhof der Vergessenen. Ja, Spannschabend. Wieso Spanns eigentlich nicht auf Platz 1? Entschuldigung. Ist ne gute Frage. Das find ich auch so. Sexy. Ja, total. Und zwar hat er eine Tetralogie geschrieben, also vier Bände. Und das ist jetzt der lang erwartete vierte Band von dem Friedhof der Vergessenen Bücher. Und aus diesem lese ich vor. Und er ist auch vor Ort. Und das ist am 5. April. Und ich glaube, du hast da Geburtstag. Also wir kommen dann alle noch mit dem Geburtstagskuchen zu dir. Ich hab Geburtstag. Ist noch ein bisschen hin. Aber ich hab da wirklich Geburtstag am 5. April. Darf ich mir auch was wünschen? Ja. Was wünsche ich mir? Ich muss mir was Gutes wünschen. Mir fällt noch nichts ein. Dann gibt es, was auch sehr wichtig ist, kurzer Einwurf von meiner Seite, ist die Moderation des Musikfestes. Genau. Nochmal. Da sieht man sich auch leid. 15. bis 18. Juni. Und natürlich viele Gastrollen im Fernsehen. Gibt's auch noch einiges. Ja, im März. Großstadt-Revier. Großstadt-Revier. Die Hamburger Serie. So als Lokal-Patriot. Natürlich. Also da, das muss man sowieso immer gucken. Und sollte man dann auch. Ja. Und ich mache auch in diesem tollen Film von und mit Heinz Strunk. Also wirklich keine Hauptrolle. Aber ich darf mitspielen. Und das wird im Herbst ausgestrahlt auf ARD. Schönes Lied. Auf jeden Fall Party-Mucke pur. Da wird man ja schon auf 0 Uhr vorbereitet. Mental zumindest auch durch Oriental Night. Also wenn die Sendung zu Ende ist, könnt ihr auf die Piste gehen. Vorher nicht. Das wisst ihr, ne? Ja. Aber mental wird man schon mal darauf vorbereitet. Und ich möchte euch mental noch einmal auf dieses tolle Hörbuch hinweisen. Also, wer ein bisschen Liebe hören will, Schmerz, Leidenschaft, Wut, der ist auf jeden Fall bei dieser CD gut aufgehoben. Die Geschichte von Claire und Ivan Goll. Also überall erhältlich. Kauft man heute zur Tage noch CDs? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, total. Ich bin ja so ein, ich lade mir für 9,99 Euro das Album runter. Aber dann hast du nicht diese wundervollen Fotos. Ja, das stimmt. Wenn du es jetzt aufklappst, weil die Fotos, die hat Katharina John gemacht. Das ist die Ehefrau von Eurich Tukur. Und das war total schön, weil wir haben die hier in Hamburg geschossen, die Fotos. Das zum Beispiel ist oben auf dem Michel entstanden. Da sind wir ja mitten, das war der heißeste Tag des Hamburger Spätsommers, sind wir da oben hoch gestiegen. Und wir waren alle drei noch nie da oben. Und ich muss ja auch sagen, auch wenn man hier in Hamburg wohnt, man muss mal auch hier auf den Michel gehen. Das ist das Original, ne? Genau, das sind die beiden. Guck mal, wie ähnlich. Nur die Haarfarbe ist eng. Genau, wir sind halt beides blondinen. Aber vom Ding her? Ja. Sehr ähnlich. Von dem Gesicht hingegen. Ja. Ja, wir wollten die Freiheit sozusagen, die sie dann in New York hatten, wieder herstellen. Und guck mal, wenn du es jetzt downloadest, dann hast du gar nicht dieses wunderbare Booklet. Da hast du recht. Ja, schön. Weil das ist ja dann immer was, was verloren geht, ne? Leider, heutzutage. Genauso wie Liebesbriefe. Guck mal, heutzutage, wenn jetzt die heutige Generation, weil das war jetzt ja auch die letzte Generation, die tatsächlich Liebesbriefe geschrieben hat. Denn wenn unsere Kinder, ja. Und glaubst du, dass die Generation irgendwann ihre Handys auf dem Dachboden von den Großeltern findet mit Herz-Emojis? Nein. Also von daher ist es wirklich auch die letzte Generation an Liebesbriefen, die wir noch so gefunden haben. Eigentlich finde ich das sehr traurig. Das ist genau wie als damals das Vinyl-Zeitalter flücken gegangen ist. Ja. Da haben wir noch Vinyl, liebe Zuschauer und Zuschauer. Was ist das? Liebe Teenies da zu Hause, das ist so wie diese CD in groß. Konnte man eben so ein Gerät, so einen Plattenspieler drauf tun, da ist so eine Nadel, die hat man draufgelegt und dann hat es Ritte, Ritte gemacht. Und man musste umdrehen. Das war beidseitig bespielbar. Und man konnte, das konnte ich noch in den 90ern, man konnte dann auf diesen Vinylplatten scratchen. Ja. Das machen die heute die DJs, indem sie auf den Knopf drücken, a la David Guetta, und dann macht die... Naja, egal. So, die Technik halt, kann man nicht machen, kann man nicht aufhalten, das ist Realität. Sandra, ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, es war total schön und gemütlich. Ich drücke die Daumen, viel Erfolg auch mit dem Hörbuch und vielleicht sehen wir uns an meinem Geburtstag bei dir. Ja, ich hoffe doch sehr. Ich freue mich auf die Limousine, ich schick sie gerne vorbei, ich komme. Alles klar. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bleibt uns weiterhin treu und holt euch auf jeden Fall die CD und genießt einfach mal auch die Ruhe. Nehmt eure Liebsten in den Arm. Falls ihr noch kein Valentinstaggeschenk haben solltet, verspätet, egal. Männer, damit habt ihr es geschafft, glaubt es mir. In diesem Sinne, schönes Wochenende, tschüss. Ich danke dir. Vielen Dank.